Weltmeisterlicher Glanz im Niederrhein-Pokal. Kevin Großkreutz mit dabei beim KFC Uerdingen. Genauso wie viele ehemalige Bundesligaspieler, Beister, Aigner, alle am Start im Halbfinale bei Rot-Weiß-Essen. Das Stadion B, 10.127 Zuschauer im Landespokal. Nur gegen den Bonner SC und gegen Wuppertal in der Liga kamen mehr Fans ins Stadion an der Hafenstraße. Der Abnehmer für das erste Final-Ticket wird gesucht, Uerdingen in Weiß. Und da sind sie gleich mal, Beister und Aigner. Das geht ja erfrischend los, 0 zu 1, sechste Minute. Aigner muss zum ersten Mal ran in dieser Pokalsaison und trifft direkt. Er fällt, speist das Schuss ab, dadurch wird es unangenehm, aber nicht unhaltbar für Heller. Aigner macht den Haken hinters 0 zu 1. Großkreuz, abgelaufen von Cepernick. Deutscher B- und A-Jugendmeister mit dem 1. FC Köln. Da ist er wieder am Ball auf Wegner und in der Mitte wartet wieder Cepernick. Starke Aktion vom 24-jährigen Kapitän Erb hatte noch das Bein dazwischen. Uerdingen verheißungsvoll in die 3. Liga gestartet. Mittlerweile haben sie zwölf Spiele in Folge nicht gewonnen und sind auf Platz 12 durchgerutscht. Der Pokal soll die Wunden heilen. Beister und Krempecki schrauben am 0 zu 2. Viertelstunde erst gespielt. Koschowski guckt nicht in den Rückspiegel, denn da kommt Aigner. Und Beister auf einmal völlig frei vor Heller. Für einen Mann seiner Klasse normalerweise eine Sache für nachts um halb drei. Es ist ein Klasse-Pokal-Halbfinale. Rot-Weiß essen der Rekord-Pokalsieger. Neunmal haben sie den Pott schon in die Luft gestemmt. In der Regionalliga geht in Sachen Aufstieg nichts mehr. Umso mehr soll Titel Nummer 10 im Pokal her. Max Wegner aus der Drehung eine Etage zu hoch. Fünf Minuten noch bis zur Pause. Eckball Rot-Weiß über Umwege zu Kocowski. Der macht den scharf und Roms. Da hatten sie den Torschrei auf den Lippen. 42. Robin Heller. Was macht er da? Aber die wichtigere Frage ist, was macht Maximilian Beister-Posten? Aber da kommt er noch. Krempecki. Und der erste Grattoland ist natürlich Beister. Der kann sich nach dem Spiel so oder so etwas von den Kollegen anhören. Krempecki relativiert das Ganze mit seinem zweiten Pokal-Tor. Heller lässt sich auf das Spielchen mit eigener ein. Beister bleibt bei einem Treffer im Pokal. Bereitet aber schon das zweite Tor über Umwege vor. Und Brauer kann nicht mehr löschen vor. Krempecki. Zweite Hälfte. Uerdingen. Der zweimalige Landespokalsieger. Dorda nach Doppelpass mit Beister und Gottschowski vorne und hinten auffällig. RWE rennt an, ohne wirklich zwingend zu werden vor dem Kasten von Robin Benz. So wie in dieser Szene wird es verpasst die Flanke von Heber. Nach 77 Minuten war Schluss für Weltmeister Kevin Großkreutz. Der bald die Faust bekommt. Nicht nur dafür ein kleines Five-Konzert. Er polarisiert überall dieser Großkreutz. Die letzten Zuckungen der Gastgeber. Kapitän Bayer. Feine Drehung. Schuss aus 20 Metern. Aber Robin Benz hält die Null. Die Kollegen feiern ihren Keeper, denn er hält auch den Sieg. Rot-Weiß Essen. KFC Uerdingen 0 zu 2. Magdalena Austermann hatte KFC-Torwart Benz gleich mal am Mikrofon. Das Positive ist, dass wir heute in Zweikämpfen gegangen sind, dass wir aggressiv waren und die Tore dann uns auch hart erarbeitet haben. Und ja, das ist so das Fazit heute. Für Szentfrau sind wir sehr gut. Zwei Tore geschossen, zu Null gespielt. Am Ende noch bärenstark verteidigt. Jeder hat sich reingehauen. Das war super. Und wie gesagt, das kann man einfach mitnehmen, dass man diese Einstellung auch am Samstag in Lothar auf den Platz bringt. Und dann denke ich, dass wir das sehr erfolgreich gestalten. Für RWE ist nach der Finalpleite im letzten Jahr dieses Mal im Halbfinale Endstation auf. Uerdingen wartet im Finale der Wuppertaler SV oder der 1. FC Monheim. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.